Welter Fans, liebe Sponsoren, Gönner und Unterstützer. Wir sind hier vor der Halle in Dornbirn. Wir haben momentan durch die Corona-Situation leider nicht die Möglichkeit, die Hauptsponsor-Verlosung live bzw. persönlich zu machen. Jetzt haben wir uns ein kleineres überlegt und werden heute die Sponsoren-Ziehung durchführen. Wir gehen jetzt nachher zum anderen Stier. Die haben noch Training auf die nächsten paar Spiele und danach werden wir die ganzen Löschen, die wir jetzt noch zusammengesammelt und aufgewickelt haben, übergehen. Die kommt dann nachher in unsere Boote rein, werden geschwind durchgeschüttelt und danach wird Kapitän Daniel Bahn die Ziehung übernehmen. Wir machen das Ganze live und umgeschnitten, dass wir sehen, dass da keine Tricks oder irgendwelche Spielchen gemacht werden. Wir werden jetzt also live in die Halle reingegangen. In der Boote ist noch nichts drin, die ist nicht präpariert natürlich auch. Und wir werden dann neu die Löschen einwerfen. Es sind alle zusammengerollt, also man kann nicht sehen, welcher Sponsor sich auf dem Löschen befindet, bis man den aufmacht. Und ja, jetzt sagen wir, wir reden nicht mehr lange, bewaffnen uns mit der Maske und gehen dann mal rein. Kommt! Kommt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020